hallo willkommen zurück hier bei bussimulator 16 wie wir vorhin gelesen haben gibt es jetzt Stabbus ohne Ende. Ich traue mich gar nicht hier aufzumachen. Ich schaue es mir erst mal an. Ah es geht noch. Naja man weiß aber nicht wie es wird noch. Das Problem. So. Gut. Schauen wir alles an hier. Gut. Moment. Ne ok. So. Sehr schön. Bin ich mal gespannt. Wie das wird. Wir starten auch immer an einem anderen Depot. Oh ne. Merke ich. Ist aber auch gut nämlich. Aber da brauchen wir auch nicht immer hier das gleiche zu sehen. Tch. Sehr lang gebraucht jetzt um das zu sagen. Ich brauche mal ein Schlitzohr. So. Wo ist denn die Haltestelle jetzt? Hallo. Nächster Halt. Grabenstraße. Ost. Jetzt fahr los. Boah ey. So. Jetzt hier reinfahren. Okay. Rechtzeitig bremsen. Okay. Ja wenn die Leute hier rüber wollen von den Zebraustreifen. Da muss man anhalten. Ist auch im echten Leben so. Ist aber ganz schön weit, ne. So. Hier wird's schon wieder ein bisschen enger. Aber es funktioniert. Hab zu stehen. Hallo. Da muss man sich ein bisschen aufpassen. Okay. Okay. Da! Mist, ey. Dreckskerl. Oh je, jetzt kommt der Stau. Ist ja blöd. Blue? Da nach dem jetzt. So. Bleib zu stehen. Danke. Boah ey. Geklappt. Ho. Das ist ja krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es funktioniert. Aber anscheinend gehts. Oh je, muss ich jetzt rüberfahren. Über die Brücke. Über die Brücke fahren. Muss ich mit meinem Bus. Und muss dabei gucken, damit ich keine Unfälle baue. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ja. Ganz ruhig. Ich muss mich konzentrieren. Aber Radau mache ich. Ich weiß nicht. Hoffentlich wird die Fahrt nicht so über lang. Ich hoffe. Nichts. Nee, hier ist nichts. Na los. Hallo. Toll. Echt Wahnsinn. Wahnsinn. Ach, die dürfen oder was? Sich verarschen? Jetzt bin ich doch verkohlen, oder? Die dürfen rüberfahren über Rot, aber ich nicht. Na gut, vielleicht gehen die auch in die Strafzüttel. Man weiss es hier nicht. Man weiss es nicht. Von anderen verursacht der Autounfall. Haha, von den anderen. Ich, ich. So will ich es sehen. Na gut. Ich frage mich. Ach, da ist die Haltestelle. Okay. Endlich. Hat aber lang gedauert. Die Grabenstraße. Kann es sein, dass wir jetzt hier ein neues Gebiet sehen oder so? Hallo. Wo steigen die nicht ein? Ah, jetzt. Guten Tag, mein Herr. Oh mein Gott. Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Äh, 4 Euro. Genau. Können wir weiterfahren. Gleich 66 Euro einkassiert, das ist gut. Nächster Halt. Fischerweg. Möchte man meine Urlaubskasse hier erweitern. Obwohl ich erst war. Aber man kann nie genug haben. Ah, jetzt möchte jemand raus. Eine Minute muss ich da sein übrigens. Soll ich das schaffen? Oh mein Gott, ey. Komm schon. Alle rüberfahren. Los, 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 los. Weiter, 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 weiter. Weiter. Ah. Ah. Das konnte jetzt nicht wahr sein. Habt ihr das gesehen? Der ist einfach bei Grün stehen geblieben. Echt. Das kann nicht sein. Das gibt's nicht. Von wegen ihm hab ich jetzt die Verspätung. Bravo. Danke. So ein Depp, ey. Hallo. Danke. Oh Mann. Danke. Einen schönen Tag. Okay. Dann können wir mal weiterfahren. Also man lebt immer neue Sachen hier. Ich merk schon. Nächster Halt. Freiheitsstraße West. Ja. Ja. Wieder ein und aussteigen. Diesmal habe ich hier freie Fahrt. Oh, da hinten ist neblig. Guckt mal. Rückspiegel. Nebel. Da kommt der Nebel. Oh je. Das kann das werden. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Das war sehr schlecht. Sehr, sehr böse war alles. Was haben wir diesmal? Ich muss eine Fahrkarte kaufen. Okay. Musst gar nichts. Ja. Danke mein Lieber. Du musst überhaupt nichts. Ich muss weiterfahren. Ja, das muss ich. Nächster Halt. Kongress. Der Kongress. Okay. Bitte drücken Sie den Knopf für einen Haltewunsch erst nachdem der nächste Halt angekündigt wurde. Hm. Okay. Das gibt es bei uns nicht. Also Nürnberg, ne? Dass es sowas sagt. Aber das ist hier auch nicht Nürnberg, sondern Sunny Springs. Wo nie die Sonne scheint, außer jetzt gerade. Kann man das Wetter noch ein bisschen anders einstellen hier. Wie so komisch hier. Ja. Boah. Boah. Ich möchte eine Einzelfahrkarte für Schüler. Okay. Ach nee. Ach nee. Ähm. Nee, ist zu viel, ne? Ja. Ja. Hä? Egal. Ich habe jetzt gerade gar nichts verstanden. So. Nächster Halt. Anichstraße. Kenn ich nicht. Sagt mir gar nichts. Oh, was haben wir denn da? Oh, guck mal. Fernsehturm. Oder Fugturm. Wie auch immer. Ich sag Fernsehturm. Da sind Zeitschriften dran. Kiosk. Nee, nicht. Hallo. Ah. Doch nicht blinken. Ich depp. Man darf nicht blinken, wenn man im Kreisweg hier reingeht. Oh man. Hier muss man ja da warten ein bisschen. Was kommt jetzt eigentlich für eine Haltestelle? Soll ich jetzt hier rein fahren? Ich weiß hier nicht schon mal. Weil hier wieder der Kiosk ist. Ich glaube es sieht alles gleich aus. Okay. Da ist die Haltestelle. Okay. Sind nur zwei Stück. Geht er noch. Raus her. Sonst kracht's. Gutes absenken. Mhm. Keine mehr? Dann nicht. Geht mehr. Nächster Halt. Marktallee. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habsähigkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Alles klar Nehme ich noch meinen Döner mit Döner, Döner, Döner Jetzt bin ich mal gespannt ob man dann bald das Geld hier bekommt Für einen neuen Bus Damit wir mehr Leute fahren können Okay Hallo Aufmachen So jetzt Jetzt ist Wunderbar Das geht 87.000 Wunderbar Das freut mich Und die Aufgabe ist immer noch nicht erfüllt Okay Aber beim nächsten Mal habe ich dann die 90.000 Und dann kann ich Die Fahrer einstellen So Dann machen wir hier mal Jens Grunwald rein Genau Jens Grunwald Tobias Mautner Der kann das machen Genau Ja Dann haben wir es doch oder Eingestellte Fahrer Okay Gut Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Bus Simulator 16 Tschüss Ja 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 Ja